Weißt du, warum du sonst schwitzen kommst, Marc? Warum, Lido? Du bist einfach fett! Hey, Lido Wieck! Was haben wir über Beleidigungen gesagt? Sie sind nicht nett! Und warum beleidigst du Marc dann? Weil er fett ist! Er weiß, dass er fett ist! Also musst du's ihm nicht sagen! Boris, was haben wir wegen der Kostüme ausgemacht? Ich bin nicht Boris, sondern Supergirl. Du solltest mal aufhören zu trinken. Eine muntere Gruppe Behinderter vor ihrer Urlaubsfahrt. Dann geht's jetzt ab in den Urlaub, Leute! Hör auf zu flennen! Und gleich nebenan ein quasi ganz normaler Vorgang. Zwei Ganoven plündern ein Juwelierladen. Mach's, mach's, mach's! Gut! Und die Klamotten! Schnell! Ausgleich! Los! Paolo und sein Vater auf der Flucht vor der Polizei. So, das war's! Wir müssen weg! Geht noch was? Hopp! Was soll denn das werden? Hä? Wie du aussiehst, Mann! Na, ich hab mich als Tourist verkleidet. Ist doch ne super Tarnung. So erkennt mich keiner aus. Sieht aus wie ne Witzfigur. Viel zu auffällig! Und du siehst aus, als hättest du grad nen Label überfreit. Sousseau, Gat, Alexandre, Marie, Boris, Arnaud, Baptiste, Prinzessin Mayan, Thibaut und... Wir fahren jetzt los! Lüde Wig. Alle da. Cool. Bis auf Sylvain. Das Auto ist weg. Ja, natürlich ist das Auto weg. Du hast es auf den Bellenerten Parkplatz gestellt. Bla, 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 bla. Du Klugscheißer. Ist unser Nachzügler hier? Bist du Sylvain? Na, 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 na. Ich bin Alice. Kommst du mit mir mit? So, das hier ist Sylvain, Leute! Paolo, jetzt Sylvain ist übrigens Arthüs, der Debüt-Regisseur dieses wunderbar unverklemmten Films. Was sagen wir zum Busfahrer? Du bist ein Hurensohn! Was machen wir denn jetzt? Verhaltig wie die. Sieh, sieh dir an, was die so machen können. Also kein Tourist mehr? Nein, auf keinen Fall. Halt die Schnauze und verhaltig genau wie sie. Das ist der verspätete, echte Sylvain. Er wird sich, notgedrungen, einfach einer anderen Reisegruppe anschließen. Also los, lass den anderen Klauen raus. Paolo trainiert sich inzwischen auf behindert. Äh, äh. Ja, das war zu viel. Ich versuch's nochmal. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Sieh, sieh dir einfach mal. Mach ich doch. Es ist immer wieder ein Vorzug französischer Filme, auch aus schwierigen Sujets ganz leichtes und witziges Kino zu machen. Ich würde das nehmen, das find ich schön. Okay. Ich nehm auch das andere, kein Problem. Okay. Dann hätten wir's ja. Und welches bist du jetzt? Also, äh, das kann dauern. Hallo? Ja? Ja, hier ist Lafresse. Eindlich. Komm jetzt los. Spielen. Ich, warte ne Sekunde. Moment. Verstehst du eigentlich, was ich dir sage? Äh, komm, spielen. Offensichtlich nicht. Hör zu. Ich, ich habe Ärger mit dem... Es geht um das Auto. Was? Du musst es holen. Lass das. Es wurde abgeschleppt und du musst es abholen. Denn falls die Polizei es untersucht, führt sie das direkt zu dir. Ingen, ingen. Dann kriegen sie uns. Hast du mich verstanden? Mann, so ne Scheiße. Ja, denkst du? Ich find das witzig. Lass das. Los, los. Bleib durch ihr seite. Ich hol die Karre und meld mich wieder bei dir. Gut, aber beeil dich. Leck mich. Wir machen ein Spiel. Ich bin der Stürmer und du, der Torwart. Du willst spielen? Wirklich? Ja, du gehst ins Tor und ich schieße. Und los. Das Spiel läuft. Ja, schnell. Los, komm schon. Lauf. Der zu erwartende Krimi aber läuft inzwischen voll aus dem Ruder. Ich bin dein Freund. Und du bist meiner. Die deutsche Synchronarbeit war übrigens eine echte Herausforderung. Du bist wirklich sehr, sehr nah. Ja, genau. Tag und Nacht. Und sie wurde brillant bewältigt. Cool. Wir haben natürlich drüber nachgedacht, wie wir das besetzen. Unser Ansatz war keinesfalls, nur ein behinderter Schauspieler kann einen behinderten Menschen sprechen. Das ist völliger Unsinn. Andererseits gibt es natürlich Schauspieler mit Behinderung und Schauspielerinnen, die im Theater spielen. Und die haben nicht so wahnsinnig viele Rollenangebote, weil eben sie beschränkt sind auf Menschen mit Behinderung. Und meistens werden die nur genommen, wenn es irgendwie dramaturgisch nötig ist. Also wenn die Behinderung für die Geschichte irgendeine Rolle spielt. Hier haben wir einen riesen Haufen Rollen von Menschen mit Behinderung, die von Schauspielern und Schauspielerinnen mit Behinderung gespielt werden können. Und deswegen haben wir uns erstmal an diesen Kreis gewandt und versucht, in diesem Kreis die Besetzung zu finden. Einfach weil das eine tolle Chance für sie ist. Die Arbeit macht riesen Spaß. Allerdings mussten sie erstmal synchronisieren lernen. Keiner von denen hat vorher synchronisiert. Und natürlich bringen sie, wie alle Schauspieler, auch ein bisschen was von eigener Erfahrung, von eigenen Gefühlen mit ein. Und das tut der Sache sehr gut. Oh fuck! Scheiße, was machst du hier? Ich meine, was machst du hier, du? Erst einmal unter der Dusche. Okay. Und du bist der Erste, der es geschnallt hat. Mhm. Der tut nur so. Ja. Ja? Also hier muss rauskommen dieses, ich durchschau dich. Du bist nicht behindert. Versuch mal noch eine, die ein bisschen schlitzohriger ist. Weißt du, wo du noch sagst? Du bist nicht behindert. Du bist nicht behindert. Ja, ich durchschau dich. Ah! Ja? Okay. Du bist nicht behindert. Doch, doch, ich bin total behindert. Das war ich schon immer, schon als ich ganz klein war. Ich glaub dir, kein Wort. Ist aber so, ist wirklich so, echt. Ich, ich, ich hab das, das ist sofort gecheckt. Du hast recht, ich bin nicht behindert. Ich, äh, bin Polizist. Ich ermittle gegen einen Typen aus dieser Gegend. Du bist kein Polizist. Okay, gut, ich bin auch kein Polizist. Weißt du, ich, ich hab Scheiße gebaut. Aha. Deshalb muss ich mich jetzt erstmal eine Weile hier bei euch verstecken. Endlich sagst du mal die Wahrheit. Ja, wie heißt du eigentlich? Arno. Ich heiße Paolo. Freut mich. Aber erzähl das niemandem. Wenn das die Betreuer hören, komm ich ins Gefängnis. Keine Sorge, ich sag's keinem. Bis auf Ludovic. Wer ist Ludovic? Das bin ich, du Penner. Weißt du, was passiert, wenn Sie im Knast duschen? Nein, warum fragt du mich das jetzt? Ich, ich, ich weiß das auch nicht. Gut. Okay. Sag bitte keinem was. Ich zähl auf weiter. Sie sagen nichts. So, keinem Wort. Abgemacht. Niemand erfährt was. Von uns erfährt keiner was. Okay. Kannst du mir mal den Rücken schrubben? Bitte? Den Rücken. Was, was meinst du jetzt genau? Ich, schrubb meinen Rücken. Ich glaube, wir verstehen uns gerade nicht so. Schrubb meinen Rücken. Ja, doch, ich verstehe. Ja. Nein, mach ich nicht. Doch. Nein. Alice. Nein, hör auf. Ich, spinnst du. Ich, ja gut, okay. Dann schrubb ich die Ebene drüber. Wofür sind die Triebeln? Bring dich zum Heim. Ja, ja klar. Ich hab das. Schön auf die Jüngerkruppen aufpassen, ja? Das machst du sehr gut. Frambieren wir ihn. Mach mal auf. Im Übrigen wurde der Film in Frankreich mit über 10 Millionen Zuschauern der Kino-Hit des Jahres. Hey, guck mal her, ich grampiere. Das ist schon ziemlich gut. Sieht mal hier was. Wir brauchen noch ein wenig mehr. Wir brauchen noch mehr rein. Für zwei. Schön langsam, Maurice. Das ist lecker. So nach und nach gewöhnen sich alle aneinander, haben gemeinsam jede Menge Spaß und auch der echte Servin ist mit seiner normalen Reisegruppe durchaus zufrieden. Meine neuen Freundinnen sind echt nett. Ich mag die total gern. Ich mag die später wieder. Habt ihr lieb, Mama? Küsschen. Es war mehr Party! Aber was ist schon normal? Aber was ist schon normal? Aber jetzt hast du hoch sein? Sag mal wieder. Ich war mehr Kranken.